Hallo zusammen mit ein paar kleinen Gedanken zum Thema Winterschutz für ein bisschen exotischere Kübelpflanzen, die man entweder noch im Kübel halten muss, weil man noch keinen Platz gefunden hat, oder grundsätzlich im Kübel halten muss, weil gar kein Platz vorhanden ist. Und eben mein Gedanken, wie man das Ganze einigermaßen gut über den Winter bringen kann. Ich habe mir hier so eine Fließfolie besorgt. Ist natürlich Geschmackssache und auch nicht so hundertprozentig ökologisch wertvoll, das Ganze. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, das Ganze zu versuchen. Hier schön mit einer Kordel das Ganze so zu binden, dass es eben den Bereich abdeckt, den es abdecken soll. In dem Fall war es jetzt noch relativ warm, in Anführungsstrichen, sodass ich vor allem hier nur den Wurzelbereich erstmal schützen wollte. Jetzt habe ich das Ganze mal exemplarisch etwas höher gemacht. So kann man das Ganze eben bis auf eine Höhe von 2,50 Meter hochbinden und eben oben dann komplett verschließen. Bei der Folie würde ich auf ein gewisses Gewicht pro Quadratmeter achten, ist dann in Gramm angegeben. Das sollte nicht zu wenig sein, einfach damit das Ganze auch was bringt. Ich habe hier jetzt, naja, es ist auch Plastikmüll, aber es ist dann ein bisschen upcycling, dann nochmal hier so eine Luftpolsterfolie, die eh in irgendeiner Verpackung mit dabei war, dann nochmal wiederverwendet. Man kann es ja machen, es ist ja nun mal sowieso da. So hat es wenigstens noch einen kleinen Nutzen. Kurz zum Standort, so ganz ideal ist das nicht, was ich hier mache. Steht hier eben auf einem Balkon in der Sonne und da erhitzt sich das eben, wenn es mal wärmer ist und wenn es nur 3, 4 Grad ist mit der Sonne, wird es dann schnell noch mehr. Unten habe ich noch eine kleine Styroporfolie, um einfach den Wurzelbereich noch etwas frostsicherer zu halten. Jedenfalls wäre der idealere Standort, auch wenn es vielleicht erstmal kontraproduktiv klingt, ein möglichst schattiger Bereich. Wer die Möglichkeit hat, einfach hinter irgendeinem Gartenzaun in der letzten Ecke möglichst schattig, obwohl es erstmal kühler klingt, aber dadurch sind einfach diese Temperaturunterschiede im Winter nicht so hoch, sodass die Pflanze überhaupt keinen Anreiz bekommt, wieder austreiben zu wollen, um dann damit den nächsten Kälteschlag zu kriegen. Was mir hier auf dem Dachboden, auf dem Balkon einfach durchaus passieren kann, wenn es zwischendurch mal 10 Grad ist, ist es für die Pflanzen das Signal, oh, wir können ja schon langsam in den Frühling gehen, dann gibt es wieder einen auf den Deckel und hier sind eben in der Sonne die Temperaturschwankungen höher, als wenn ich das Ganze im Schatten überwintern würde. Also so eine Folie ist gut, möglichst durchlässig sollte sie trotzdem sein. Was abweisen, das sehen wir gleich auch nochmal kurz. Aber der Standort, den ich hier gewählt habe, ist nicht ideal. Ich habe keine andere Möglichkeit. Solltet ihr das haben, super. Vielleicht ist es eine kleine Anregung für euch.